Und ein wunderschönes herzlich willkommen, ich muss mich jetzt dran gewöhnen, man sieht mich ja wieder in der Webcam genau, zu Happy Wheels. Ihr könnt sehen, ich hab mich jetzt auch mal einfach dazu entschlossen, mal ein, zwei Folgen von Happy Wheels zu spielen. Ich muss zugeben, dass ich jetzt noch... Ah, Bug. Dass ich noch nie wirklich richtig gespielt hab? Ne, doch nicht. Okay. Und ich bin mal gespannt, wie ich das hinkriege. Ähm, ich muss mich echt dran gewöhnen, dass man mich jetzt wieder sieht. Ich hab hier auch meine Headsets so total bescheuert auf, weil ich eigentlich durch das Headset, also durch mein Mikrofon-Headset, den Sound hören sollte. Das tue ich aber nicht, deswegen muss ich jetzt mein anderes aufnehmen, aber ist egal. Wir probieren mal dieses erste Level hier. Das... Nicht lädt. Ah, doch. I'm sorry, but there's nothing we can do. Oh, nein. Ah ja, das ist auch irgendwie mein Lieblingscharakter. Das sah jetzt gefährlich aus. Keep out. Wie war springen? So war springen. Ja, das klappt nämlich schon super. Ähm. Moment, jetzt muss ich auch noch gucken. Äh, Shift. Und Steuerung. Ich hab keine Ahnung, was das beides bringt. C ist, glaub ich, abspringen. Und im Rest ist... Ja, okay, machen wir. Ist gut. Ja, okay, so. Äh, Radio... Nein, wie cool. Dann nochmal mit Anschwung. Ja, mit Anschwung, wie gesagt. Ähm. Ist das... Boah. Boah, Effekte, Effekte. So, und jetzt macht's irgendwie knallbumm und wir sind... Äh, ja. Also, wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich sagen, wir reisen gerade ein bisschen durch die Zeit. Schön, wie geil das gemacht ist. Der ist, äh, tot. Äh, äh, äh... Kann ich nicht lesen, Moment. Na, da kommen wir drüber, komm. Da gibt's bestimmt irgendwelche Tricks, wie das ganz toll funktioniert. Thank God, you found me. I've been... Ja, ich würd sagen, der ist jetzt nicht mehr so... Äh, das hört sich... Äh. Äh, du hast da ein bisschen was verloren. Und irgendwas hängt da auch noch. Das ist ein bisschen nervig, das Geräusch, aber... Pfff. Du... Äh. Äh. Ja, boah. Äh. Äh, noch geschafft. So, jetzt passiert irgendwas Tolles. Na, na, äh, äh, äh. 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 Au. Au, 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 ei. Wasser... Uah. Ach nein, es gibt Wasser in Happy Wheels? Wusste ich gar nicht. Das sieht ja cool aus. Mann. Äh, und Vollspeed. Danke, Vogel, du hast mich gerade schön aufgehalten. Und zuck. So. Land hier, hier, ja, da, Moment. Z. Frupp. Then hold up to land. Ja, das hat ja... So, jetzt. Hold up. Grab mit... Space, ne? Ja. Okay, okay, Space. Ja, okay. Woah. Äh. Wer ist der Beste? Ha, ha. Das war ein sehr schönes Level. Wie kann man die denn hier bewerten? Da, ne? Ich hab mich auch gerade noch registriert extra. Ähm. Gibt fünf... Fünf Sternchen gibt das, ne? Ja. So, hat eine Bewertung von 4,7. Ich weiß nicht, warum so ein Level 4,7 hat. Das kann man ja auch mal machen, ne? Kann man ja alles ausprobieren. Machen wir auch mal hier so ein... Äh, nice! Ausrufezeichen. Oh, das hätte ich jetzt vielleicht... Doch, ging ja schnell. Okay, alles in Ordnung. Exit to menu. Oh, da haben wir eine Oma. Dann gehen wir mal in dieses Level. Ihr könnt mir auch gerne... Toi, jetzt fängt es an zu regnen. Ihr könnt mir auch gerne Levels machen. Mir hat schon mal irgendjemand geschrieben, dass ich mal nach Lord Toad suchen soll. Aber bei mir kommt da nichts raus. Egal, was ich... Wie ich das schreibe und wie ich das eingebe. Äh, boah. Ich... Up, Control, irgendwas down, open, up, left, right, set, wahrscheinlich... Oh, God! Aua. Nee, er lebt aber noch ein bisschen. Oh, hier. Escape, R. Äh, B. Äh, I'll be waiting for the bank, uh, place, bomb, free, blah, money. Okay. Space, break, shift, nitro. Ja. Der Witz ist nur, dass ich... Jetzt gerade nicht so viel... Oh, God! Aber du, du... Nee, guck mal, der kann doch noch. Eindeutig. Ja, wie soll das denn gehen? Control, up. Ja, ich hab's doch. Left, right, left, right, left, right. Down, up. Oh, God! Ich bin zu blöd dafür. Ah. X. Stand da irgendwas von X? Ich hab nichts von X gelesen. Moment, nochmal, bitte. Stand da was von X? X ist doch gar nicht belegt. Nee, keine Ahnung. Ach, jetzt geht's doch gar nicht mehr. Mit X. Ich hab das denn gerade hingekriegt. Wahrscheinlich muss ich mich festhalten. Mit Space oder so. Ah, da. Jetzt haben wir's. Da haben wir's! Weiß zwar nicht, wie ich das gemacht hab, aber wir haben's. Äh, ja, nee, ja, nee, lesen hab ich jetzt auch, ist mir jetzt, nee, äh, das sieht aber lustig 3D aus. Oh, äh, ja, Entschuldigung, dass ja auch so viele Soundeffekte kommen, ist auch toll. Der liegt noch gefährlich auf dem Auto drauf. So, ach, guck mal, das geht doch noch locker. Das passt noch. Where the hell are you going? Äh, you steal the money? Irgendwas? Nochmal, bitte. Money first Go back in the bank Lazy Gehen wir mal Ach, da ist die Bank Guck mal, da haben wir das Geld Haben wir mal ein bisschen mehr Ne, passt schon, das reicht Das reicht locker für Im Haus So Jetzt kommen wir auch da durch Da ist eine Oma Passt, sieht man mich, man sieht mich Wir verlieren ein bisschen Geld, das finde ich nicht gut Ähm Ja War jetzt schon Ganz gut Aber nicht so der Knüller Machen wir mal weiter Hier mit dem da Hören wir uns, ah ne, schade Das kenne ich, glaube ich Ne, ne, so halb, glaube ich Äh Ähm Sorry Ach, schön Äh Du hast da ein Bein auf meinem Roller Oder auf meinem, wie heißen die Dinger eigentlich Der, der, der Kauf Hier in dem Film Kaufhauskopf war da auch so Wie heißen die denn nochmal Äh, Nitro Roller Stehreif Rad Boah, das krieg ich nie hin Hier in diesem Dreckskack Ja, du auch noch Natürlich Oh Oh Was ist jetzt meiner? Egal Kann trotzdem noch fahren Wollte ich gerade sagen So Das passt wieder Und Kann man nichts machen, ne Was muss, das muss Kannst du mal bitte aus dem Weg gehen? Danke Ja, den lassen wir mal Wir sind mal nett Oh, Entschuldigung Ähm Kann halt nicht auf alles Rücksicht nehmen, ne Nein, 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 nein Da hatte ich letztes Mal schon Probleme War das Wie war das Wie war das Äh Shift Ducken Ne X X Irgendwie war Irgendwie war ducken Ja Okay Nur so einigermaßen hat Skits Äh Ich musste aber irgendwie auch drüber Jetzt häng ich Mist Ich Hab mich in den Baumstamm Verbackt Äh 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 Na, okay Exit Äh